hallo leute schön dass ihr eigentlich habt hier zu einer neuen folge cruiser kings 3 mit unserem frankenreich so wir haben wir jetzt ein paar ansprüche mit tessaloniki jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das gottes gnadentum in fünf jahren und dann können wir uns alles auf einmal holen was man so braucht so wäre der plan warten wir noch fünf jahren dann passt das schon ansonsten sie bist du nackt was soll das das geht so nicht mit der die bekehrung verlangen okay was haben wir hier noch so wir haben noch eine form und zu verweisen er kommt die kaiserin machen doch schein kerker wollen wir nicht schon können jede menge titel schaffen nein okay das zogtum österreich gibt es nicht mehr tatsächlich und salzburg auch nicht okay wieso das königin villa von beim neuen jahre ist die alt und jetzt gerade nur problem hier ist hetzburg von bayern okay interessant titel könnte da eins erstellen hier so die kleinen ok die aufgelöst oder warum ist das so sehr interessant ok als lieber die direktkontrolle gehabt okay wir gehen das hier ja hätte zu tun genau denn der macht auch einen krieg okay nüge ich kann nun in geht auch zu uns oder genau der mag ist nicht so ach falsche religion ok mal gucken ob der die religion wechselt so mal sehen so dass man mal laufen ein bisschen 300 ja bitte überhaupt kein problem druckmittel ja ok schauen wir mal so ist das ja auch katholisch sehr gut so muss das mit der eigenen kriegsgründe gegen diese anderen eigentlich schon das kommt die jura genau könnte das ja mal spaß ist halt erobern ok das sind drei verschiedene sogar eigentlich schon mal keins schade das ist noch cool wenn wir auch italien erobern können so mal gucken oder die alexandria für das große schisma schismal das würde ich auch noch gern machen nämlich mal gucken wir können versuchen Jerusalem zu erobern aber ich schmeißt kriegsgrund muss noch mal schauen wie wir das am blödest machen hier oben könnten wir uns mal den kleinkram holen für den anfang ausheben die gegner 1000 ok das reicht dann schon schlappen wir uns mal den da würde ich sagen das sollte ja gleich durch sein weil die haben es seltener geholt ist aber ok überhaupt kein problem was hier ach das war es schon easy peasy dankeschön wer hat das jetzt bekommen ok der ist direkt unterstellt das ist alles westfalen ok ok äh wie wird das hier 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 ah ja ok ok kumisch aufgeteilt da hat man sogar ein druckmittel schauen wir doch gleich mal ok bringt uns nicht viel na gut dann können sie sich oben auf Friesland schnappen da ist eine provinz genau die 4.000 wo man die wau ist ja richtig viel da machen wir mal ein bisschen was ist ja so aber la welche taste so aber jetzt gute könig fangen die leuten saubern fernreich ergeben sich gelegenheiten könig kontra hat das passt schon keine chance die sagen so einen großen malus die 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 haben natürlich ihren top äh anführer ne aber das bringt ihnen auch nichts überhaupt nicht so ist hier wo ein neues Dynastievermischten ist dann gehen wir doch mal auf die Vererbung so unser Erbe hat nämlich super Eigenschaften schon viel früher machen so naja gut egal so drei Monate dann gehört uns das auch sehr gut könnten da mal gegen Großbrünen vorgehen eigentlich oder Dänemark muss man mal schauen müssen wir noch eine Meinung erhöhen machen sie überhaupt nicht so ein Quaskon okay ja bei Konrad müssen wir das auch noch machen aber denn da für ein Druckmittel weil exkommuniziert ist okay okay müssen wir jetzt auch nicht machen das passt schon wo gehen wir denn als nächstes gegen Vorholstein vielleicht das sieht man jetzt leider nicht gerade schade so Anspruch auf den Herzogtum hast du welches denn Balaton das war da okay Moment können wir den mal einladen können wir denn den Anspruch geben Moment was hast du für einen Anspruch so aufs Kaiserreich und auf verschiedene Herzogtümer die bringen ja aber nicht so wirklich alle was rechte Rat garantiert hoffentlich nimmt er hier Verwaltung das wäre schön schauen wir mal sitzt du recht zufrieden das ist unser Erbe nachdenklich Frieden nochmal kurz Meinung von Vasallen ja Rengi Spiel ist ein bisschen niedrig ist aber nicht so schlimm Sprunghaft Verwaltung will ich ungern verlieren ja komm wenn du zufrieden bist oh ist denn durch ein schwaches Druckmittel sehr gut schauen wir doch gleich mal was Landwände ändern haben wir da was schönes nicht wirklich nichts was interessant wäre okay wie geht es denn eigentlich um Sienna das mal entwickeln für die ähm Universität äh es wird noch dauern ja Burg könnte man verbessern hier hier nichts gescheits drin nee ich hätte es denn hier in der Hauptstadt eigentlich rauskommen da was bauen nicht so wirklich okay noch ein bisschen hier die Dinger ausbauen ne das wäre noch eine Möglichkeit machen wir das jetzt eigentlich ganz gut aus soweit man könnte das noch ausbauen die Städte oh da könnte man noch ein Besitztum errichten sehe ich gerade bauen wir noch eine Stadt so mehr Städte gibt mehr Steuern oh der auch bauen wir noch eine Stadt da können wir noch ein Tempel bauen gehört das eigentlich zu mir nee oh egal bauen wir trotzdem nicht zu schlimm nehmen wir mal ein bisschen Geld in die Hand helfen wir mal unseren Untertanen und wir könnten was was willst du du willst Moment du willst die als Untertan die ist mir unterstellt okay so sollte man dem mal da geben ne würde ich sagen so wunderbar wir können ein Lösegeld fordern immer her was verliert Land wenn ein was seit fremdlichen Titel erbt was bist du das denn wer erbt das denn du wer bist du wieso verlier ich den dann verstehe ich jetzt aber nicht so ganz egal so Krieg erklär hatte ich da nicht eine eingeladen die die Ansprüche hat oder gilt das für die Frauen nicht wie war denn das sieht fast so aus was tut es nee die stand nicht eine die den Anspruch auf das Herzog zu guck mal da die ist das aber wahrscheinlich er ist nicht verheiratet das ist dann schauen wir doch mal da wäre einer sogar einer von meiner Linie aber der ist ein buckliger die ist jetzt nicht so toll mhm dynastie boberdyn ach haben wir nur einen hä wieso wird der angezeigt der hat ja gar nicht unsere dynastie das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz da taut aber nicht so ganz hin nicht stroberdyn oh der ist ziemlich gut hier wird nicht in ein Haus geboren so mhm das ist schlecht wenn ich das richtig sehe okay nochmal schauen wieso ich verstehe das nicht inzüchtig ah da müssen die ja mit mir verwandt sein oder wie ach nee das gleiche Haus sitze okay ist ja auch doof wird nicht das eigene Haus angezeigt oder was von Quark hm das ist jetzt so ein bisschen unpraktisch komm nehmen wir den hier auch wenn er kein Haus hat ach Moment war der falsche die hier genau so so sollen die sein was alle wurde gefangen okay organisierter Hof sehr gut so kann ich jetzt den Anspruch durch springen wie du verheiratet müssen wir gucken ne sehr doof okay greifen wir die mal an Verbünde da haben sie keinen leider geben wir die mal hier aus so wie war denn das 6000 okay da brauchen wir ein bisschen Männer wieder schon mal rüber so das reicht danke so einmal sammeln bitte da Dankeschön die mal dahin gehen mal das bisschen gleichzeitig belagern oh 9000 sind sie jetzt schon okay haben die Söldner geholt oder was ist los nö okay dann haben sie wohl zu viel okay ist mir auch recht oh haben die noch einen anderen Krieg am Laufen oder was ist los ne okay komisch aber okay dann soll es halt so sein ne 9000 da müssen wir fast noch welche ausziehen ne nur ist das Sicherheit da geht echt nicht viel was auf Moos ja okay jetzt jetzt kommen sie aber alle raus hier das war so nicht geplant das war uns ein bisschen viel okay dann klopfen wir uns die mal vor und überrennen die mit unseren äh äh Dingens hier unsere Bauern äh Armee sehr schön so gefällt mir das da ist mein Belagerer da ist mein Belagerer dann geht er gleich mal da rüber haben wir eigentlich passen den Ritter zum Belagern mh mehr einer ansonsten haben wir auch kein okay mit Organisator okay man sind die alle beschissen hier rekrutieren wir mal noch ein paar so lieber zu viel lieber zu viel als zu wenig da ist der immer okay es passt soweit Ruhm ist weiterhin bekannt das ist doch schön ist immer wieder erhaben so gefällt mir das der Flamme angesungen was er hätte ich hier hat etwas eintönig äh äh okay Liebesdinge in Holland auch schon 59 ne ein Lieblings Komplott ne lassen wir uns mal nicht ablenken wir müssen da bei der Religion ein bisschen höher kommen drei Monate zwei Monate okay oh sollte die mal auflösen sonst haben wir zu viele Kosten und mal zurück hier noch einmal komm einmal greifen wir an und dann und die Truppe wieder auflösen passt das na gut kann ich jetzt wahrscheinlich eh gleich beenden wie mir scheint ja feierabend sehr schön so wo ist jetzt ein Titel willkommen okay das ist okay äh wen das unterstellt dir schöne Geist kann man da haben wir noch ein bisschen was könnte man ja fast die oben auch angreifen ah ok so wie schaut's denn hier aus 16 tage noch Sienna haben wir weiter entwickelt einmal durch noch bei 35 ok minus durch andere grafschafts modifikatoren 2 jahre ok dann lassen wir das mal gehen wir mal auf steuern ein da kann man nämlich ein bisschen mehr Geld so wenn man da eh nichts machen können dann passt das erst mal auch geil hier wie er aufgeteilt ist ah wir kriegen auf ganz herzogtum klasse ah geil und zwar ein bisschen minus aber das gleicht sich dann wieder nächsten monat aus was kriegserklärung so wieso hast hä wieso hat er einen gefallen gegen mich gehabt achso weil ich die Religion geändert hatte hm ok ist hier zwar nicht so toll Tyrann ok das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch hier könnte man mal den Engländer reinsetzen der ist ehnmächtiger war soll wie der andere hm 18 könnte man theoretisch auch machen der ist echt top hier der aus Barcelona er wird auch bald sterben minus 92 was ok ok kallier möchtest du ach hier die eine provinz ne ähm Titel aber erkennen den hier würde annehmen so ein Druckmittel wäre schön ne Titel beanspruchen ja geht nicht achso da fehlt Zeug ok na gut dann würde ich mal sagen machen wir wieder Schluss für heute dann denke ich mal können wir nächste runter doch gegen können wir uns dann das ist gut ok schauen wir mal bis dahin mal wieder ciao ciao ciao